hallo und herzlich willkommen zu eurem naturlatein kanal auch www.naturlatein.de ich habe nach längerem mal wieder ein kleines jagdvideo für euch und zwar war ich einmal mit einem freund los der hat auch den kameramann gespielt aufnahmen sind ein bisschen verwackelt manchmal aber ist okay der übt noch und zwar nehme ich euch mit zur nutria jagd wir haben bei uns einen schönen alten recht naturnahen oder naturbelassenen fluss wo an einer uferböschung alles stark bewachsen ist und dort haben wir unglaublich viele nutrias das ist ein südamerikanischer sumpfbiber der wird auch relativ groß und die bauen halt auch höhlen und richten dadurch an den uferböschungen und an deichen ziemlich große schäden an weshalb die halt auch bejagt werden der wurde von uns eingewandert und macht jetzt leider schäden hat hier kaum feinde und in den milden wintern kommt er jetzt auch super zurecht ja dann nehme ich euch einmal mit der hund war auch dabei film ab film ab Komm her! Pass auf! Bring her fort! Okay... Aus. Ja, feiner Bursche. Feiner, Junge. Gut gemacht. Down. 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 Drago? Finger faukeln. . 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 Aus. so zwei stück haben wir an dem tag bekommen bei uns ist halt auch so dass wir die ab einer gewissen größe auch verwerten also die werden dann auch gegessen was man noch kriegt ist sehr gut es gibt von den wasser und bodenverbänden eine sogenannte prämie auch ne also wenn man pro geschoss und nutrier kriegt man sechs oder sieben euro weiß ich jetzt gar nicht genau weil die eben doch so eine extreme plage geworden sind und die wasser und bodenverbände auch entsprechend gleiche uferwäschung immer wieder reparieren müssen das ist wirklich der wahnsinn was die teilweise verbauten anlegen eins habe ich aber auch mal fertig gemacht präpariert dann sieht man auch mal was die für hauer haben aber reine vegetarier aber die können sich natürlich auch ganz schön werden also so ein hund im wasser wenn der an ein großes nutrier wie das hier gerät kommt auch mal ganz schön ins hintertreffen wenn die aber zu lang die können sich natürlich auch gut verteidigen deswegen passe ich da auch immer sehr doll drauf auf wenn wir auf nutrierjagd gehen ich weiß auch nicht warum die hunde können die auf dem tod nicht leiden die werden immer ganz kirre wenn sie die sehen schau ich halt immer dass der hund ein stückchen zurück bleibt und dann lasse ich ihn apportieren und das macht er wie ihr gesehen habt ja auch total gerne ja wenn euch das video gefallen hat gebt einen daumen hoch lasst ein abo da und wir sehen uns demnächst wieder euer naturlateinkanal